Wie versprochen von gestern zeige ich euch jetzt den Kurzvlog mit dreiteiligen Teile vorstellen und da könnt ihr das in die Kommentare schreiben wieso es euch gefällt und dann für mehr Videos dann ein Abo da lassen. Jetzt mal Bahnhof und jetzt fahren wir gleich mit Besuch in eine Ortschaft, das ist der Vlog, so ein Kurzvlog, so, super. Dein Kumpel zieht dir. Wie versprochen. Also könnt ihr den Like machen, also einen Daumen nach oben lassen und für mehr Videos mal in die Kommentare schreiben und ein Abo hinterlassen. Also in die Kommentare schreiben was ihr noch sehen wollt. Also bis gleich. So jetzt kommt der Zug. Und da steigt man jetzt ein. Und dann geht es dann weiter, dass man die Landschaft dann filmt. So jetzt steigen wir ein. Vielleicht lasst ein Like und ein Abo und schreibt dann in die Kommentare wie einem dieses Format euch gefallen gefällt. oder der Verbesserungsvorschläge. So jetzt gehen wir da rein. Wo setzen wir uns hin? So jetzt sind wir im Zug. Und dann fahren wir jetzt. Da ist die Landschaft. Hier ist die Landschaft. Schreibt dann mal in die Kommentare, ob ihr noch mehr solche Videos haben wollt. In dieser Art. Da lasst ein Abo da und nicht um nichts mehr so verpassen. Und genau, sehr viele Hopfen. Da haben wir ja noch viel Hopfen. Hier ist es sehr beliebt für Hopfen. Es ist eine schöne Landschaft. Schreibt dann in die Kommentare, ob sowas gefällt und ob sie mehr sowas haben bald in der Art. Und dann steigen wir gleich aus. Und dann wird dieser Vlog auch wieder vorbei. Also wir sind dann gleich am Ziel. Wenn sie, ihr könnt ja mal sagen, ob die so längere Vlogs haben, weil du das so kürzere und solche so reicht. So. So. Da ist der Zielort. Da vorne. Da steigen wir aus. Dann sehen wir uns dann. Beim Ausstecken. Meine Fahrkarte rein. Alles gut? Ja. Hier sind wir gleich beim Aussteigen. Jetzt sind wir angekommen. Huckelig hier. Ich muss es noch ausstellen. Dann ist es fertig. So. Ich muss es noch ausstellen. So. Jetzt sind wir zum Magen gekommen. Wenn euch sowas in der Art gefällt, dann könnt ihr ein Abo da lassen. Und mehr Tipps geben oder Vorschläge für andere Videos. Und schreibt es dann gerne in die Kommentare. Und lasst einen Daumen nach oben. Viel Spass. Schatten. Tschüss. Schatten. Schatten. Vielen Dank.